Was stehen Sie da so herum? Bitte brauchen Sie ein Passbild von mir? Nein, Entschuldigung. Sie wollen nur halbtagsarbeiten? Ja. Teilzeit, Chef? So, ich habe jetzt einen Termin bei Ihrem Chef, gell? Ah, Fräulein, wenn's geht, am doppelten Espresso, aber kurz, ja? Sie geben mir nicht einmal eine Chance. Die Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen ist nach wie vor nicht gänzlich erreicht. Hier wird sich einiges verändern. Wir fordern daher gleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt, an der Wirtschaft und der Politik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020